Australien kauft 300.000 Dosen einer möglichen Medizin gegen Covid-19 von Merck. Nach Ansicht von Experten könnte Molnupiravir bei besonders gefährdeten Patienten die Wahrscheinlichkeit zu sterben oder ins Krankenhaus eingeliefert zu werden auf die Hälfte reduzieren. Das Medikament muss in Australien noch zugelassen werden. Es befindet sich in der klinischen Testphase. Auch mehrere Länder Asiens wollen sich frühzeitig Zugang zu der Medizin von Merck sichern. Thailand verhandelt mit dem US-Pharma-Konzern über 200.000 Dosen. Bereits im Dezember könnten die ersten Pillen in Thailand eintreffen, allerdings hänge dies von der Zulassung des Mittels durch die US-Arzneimittelbehörde, FDA, sowie den thailändischen Behörden ab. Auch Südkorea, Taiwan und Malaysia seien in Gesprächen mit Merck. Die Philippinen hofften auf Zugang zu dem Medikament, da sie an den Studien beteiligt seien. Die US-Regierung hat bereits einen Vertrag über die Lieferung von fast zwei Millionen Dosen abgeschlossen. Das Gesundheitsministerium in Berlin erklärte am Montag auf Anfrage von Reuters, man beobachte die Entwicklung neuer Therapien gegen Covid-19 aufmerksam.